Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von TalkAbout, der Podcastshow für Erfolg, Liebe, Beziehung und Bewusstsein. Direkt aus dem Leben gegriffen, berührende Gespräche zu deinen Wünschen, Träumen und Herausforderungen. Bewegende Fragen und Antworten zum Thema Glück, Liebe und Heilung. Und begeisternde Experten mit wundervollen Inspirationen, Tipps und Tools für dein erfülltes Leben. Das alles von und mit Christian Rieken, nur für dich. Alle Infos, News und Hintergründe zur Show findest du auf www.talkaboutshow.de. Herzlich Willkommen, ihr Lieben. Hier Christian Rieken wieder und heute habe ich einen ganz, ganz tollen Experten hier bei mir, einen tollen Interviewgast, den Rebell Pavan. Und Rebell Pavan ist seit über 20 Jahren unterwegs mit der Thematik Achtsamkeit. Er hat viele, viele Länder bereist, immer so auf der Suche nach Frieden und Gelassenheit. Er war in buddhistischen Klöstern, in Thailand, er war in Südamerika bei Schamanen, er war in der Wüste Australiens, in Bolivien, in den Bergen Nepals, überall unterwegs gewesen, um so den wirklich direkten Weg zur inneren Stimme zu finden, um dann letztendlich von ihr auch gut geführt zu werden. Tolle Story. Wer wünscht sich das nicht? Kriege ich schon Gänsehaut und ich freue mich riesig, dass du heute da bist, Rebell. Dankeschön, Christian. Ich freue mich auch total, hier in deiner Show dabei sein zu dürfen. Dankeschön für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und dieser Call geht ja an den Gardersee. Du lebst am Gardersee? Ich bin zurzeit am Gardersee, ja. Da, wo andere Urlaub machen? Genau. Schön. Du erzähl doch mal ein bisschen sowas von dir, was du sonst so machst. Was hat dich vielleicht dazu gebracht? Gibt es andere Projekte im Moment, die da so reinspielen? Achtsamkeit ist ja deine große Liebe, deine Leidenschaft. Denn du hast ja veranstaltet diesen fantastischen Achtsamkeitskongress 2016 mit vielen, vielen namhaften und tollen Gästen. Und das war mit Sicherheit ein tolles Erlebnis, worüber wir auch heute noch sprechen werden. Ja, das war wirklich eine äußerst reiche Erfahrung mit sehr viel Input auch. Und ich habe dadurch sehr, sehr viel selber noch lernen dürfen in den Gesprächen mit den Experten. Und seitdem kümmere ich mich so um die ganzen Sachen, die danach kommen, das ganze Feedback und die guten Zusprüche. Und da bin ich gerade sehr beschäftigt noch damit. Weil so lange ist es ja auch noch nicht her, dass der Kongress lief. Und jetzt habe ich mit den ganzen tollen Feedback sehr viel zu tun. Super. Wie bist du denn überhaupt so zu, wenn du schon 20 Jahre dabei bist, wie bist du denn überhaupt so dazu gekommen? Fing das schon sehr früh an bei dir? Gab es da Wurzeln so in der Family? Wie ist so deine Story? Lass uns da mal weit zurückgehen. Also wenn ich ganz weit zurückgehe, dann fange ich bei meinen vielen Umzügen an. Also ich habe schon als kleines Kind sehr, sehr viele Umzüge mit meiner Familie durchlebt. Also bis ich 12, 13 Jahre alt war, sind wir, glaube ich, über 20 Mal umgezogen. Also ich habe drei verschiedene Kindergärten, drei verschiedene Grundschulen erlebt und war ganz oft in verschiedene Settings reingesetzt worden. Und das hat mich sehr, ja, ich hätte es damals nicht so genannt, aber sehr achtsam, aufmerksam gemacht für meine Umgebung. Und da habe ich ein scharfes Auge für Persönlichkeiten entwickelt und Strukturen sehr schnell gelernt zu erkennen, wer jetzt die Rolle einer bestimmten Person einnimmt. Weil ich festgestellt habe, in jeder Stadt, in jeder Schulklasse war das damals, gibt es den Schüchternen, den Bösen, den Schlauen, die Hübsche. Also ich habe die Stereotype recht schnell erkennen gelernt. Und dadurch bin ich auch dann im Teenager-Alter auf den Geschmack des Reisens gekommen. Also ich wusste schon mit 15, 16, dass ich nach dem Abitur unbedingt meinen Rucksack packen muss und weg. Ich muss los, die Welt und mich selber entdecken dadurch. Und da kommt so ein bisschen, glaube ich jetzt für mich, so der Ursprung her, dass ich schon von ganz früh auf immer viel in Bewegung war. Viel gesehen habe, immer viele neue Eindrücke erlebt habe. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ich finde das sehr spannend gerade. Das berührt mich gerade sehr, weil wie immer, wir haben nichts vorher besprochen und ich kenne deine Story gar nicht so. Und wir haben wirklich die gleiche Story. Ich habe also eine ähnliche Story. Ich habe in meinem Leben bisher noch keinen kennengelernt, der so oft umgezogen ist bis zu seinem 20. Lebensjahr. Oder bei mir war es so die ersten 16 Jahre ganz, ganz intensiv. Und du sagst es jetzt, das hätte jetzt meine Geschichte sein können. Und ich finde es unglaublich einschneidend fürs Leben, weil das doch eine wichtige Zeit ist, so diese ganzen Kinderjahre und Jugendjahre, wo es ja doch ganz viel auch darum geht, Wurzeln zu schlagen sozusagen. Und auch eine gewisse Verbundenheit zu finden oder auch Verbundenheit zu pflegen oder zu lernen, so diese soziale Verbundenheit zu pflegen. Auch dieses Dazugehören und Kontakte finden. Also wie finde ich Kontakte? Und dann auch zu lernen, dieses immer wieder loslassen, wenn man gerade so seinen Preis gefunden hat. Das sind ja wirklich echt ganz, ganz große Vorübungen für Achtsamkeit. Hey, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das gar nicht so. Jetzt, wo du das sagst, ist mir das nochmal richtig bewusst geworden. Ich bin jetzt gerade echt nochmal selbst eingetaucht, warum ich so viel unterwegs war und so viel gereist bin in meinem Leben. Ähnlicher Hintergrund wahrscheinlich wie bei dir. Aber so diese Thematik, Verbundenheit, Dazugehören, Kontakt finden, Loslassen und so weiter, das ist ja auch in meinem Leben sehr, sehr präsent gewesen. Gehört ja voll und ganz zum Thema Achtsamkeit. Ja, das spielt da. Ich wusste deine Geschichte ja auch nicht. Das ist schon sehr, sehr witzig eigentlich, dass wir da diesen ähnlichen Hintergrund haben. Und jetzt, wo ich auch so mit dir darüber spreche, wird mir nochmal bewusst, dass das bestimmt auch dazu geführt hat, dass ich in mir selber den Halt recht schnell finden musste eigentlich auch. Also mich von der Umgebung sozusagen losgelöst habe ein Stück weit und in mir selber gesucht habe, wo habe ich meinen Anker, wo fühle ich mich zu Hause. Und dann halt recht früh auch darauf kam, so zu Hause ist, wo ich bin, wo ich mit meiner Familie bin, wo mein Herz schlägt. Da bin ich daheim. Und das habe ich dann auf meinen ganzen Reisen noch vertieft und erkannt dann noch und weiter gelebt. Spannend. Und das hat auch so irgendwie so zwei Seiten. Du kennst ja wahrscheinlich auch viele Menschen, die schon ewig in ihrem Dorf leben, schon ewig in ihrer Stadt leben. Und das hat so wirklich so zwei Medaillen. Da hat man oftmals so eine tiefe Verbundenheit. Da ist sowas gewachsen. Da ist man so irgendwo fest drin. Was aber natürlich auch nicht immer nur schöne Seiten hat, sondern auch so diese Frage oftmals da ist. Bin ich eigentlich achtsam in meiner eigenen Wahrnehmung meiner Wünsche oder in meiner eigenen Wahrnehmung der Dinge, wie ich wirklich bin? Die Gefahr ist ja immer, sich sehr stark anzupassen und gar nicht zu schauen, was ist da eigentlich mit mir, wenn man in so festen Gefilden drin ist. Während jemand, der sowieso so ein bisschen, ich nenne das jetzt mal, das soll keine Wertung sein, aber so Wurzellosigkeit auch gewöhnt ist, doch auch eher mal sagt, okay, ich mache mein Ding. Also es ist spannend irgendwo, dass es sehr wichtig ist, glaube ich, im Leben, dass wir alle irgendwie so einen Weg finden der Balance, also beide Seiten vielleicht auch mal kennenlernen, um so sich selber mit seinen ganzen Bedürfnissen und Wahrnehmungen von Gedanken und Gefühlen, die so vielleicht abweichen von dem Umfeld oder von den Vorstellungen des Umfeldes, um da einfach auch ein Stück weit echter zu werden. Also jetzt sind wir eigentlich schon richtig drin, tiefe Achtsamkeitspraxis oder was das soll. Oder wie siehst du das? Sehe ich auch so. Ich habe eine Zeit lang auch wirklich das beneidet. Menschen, die, wenn ich gesehen habe, Freunde um mich rum, die sich schon seit dem Kindergarten kennen und wirklich diese tiefe Verbundenheit miteinander haben. Da gab es Phasen, wo ich das auch wollte. Das hat mir dann gefehlt. Aber im Reiferwerden, dann habe ich halt auch die positive Seite meines Daseins dann zu schätzen gelernt. Dass ich halt auch doch freier bin und mehr Möglichkeiten habe. Und was auch noch ein sehr interessanter Aspekt ist, dass ich durch meine, durch diese Situation auch recht früh dann erlebt habe, dass das Wichtigste ist, zwischenmenschliche Beziehung. Also da, wo Liebe stattfindet, da ist zu Hause. Ich habe auch in der Familie viel Verlust schon durchgemacht in jungen Jahren. Und da war dann einfach so, die Beziehung zu meiner Mutter, die war da entscheidend, weil die hat es dann doch grandios irgendwie gemeistert und hingekriegt, mich immer zu Hause fühlen zu lassen, mir Liebe zu geben. Und dann war es egal, ob wir jetzt schon wieder umziehen oder wieder ein Verlust stattgefunden hat. Ich hatte diese zwischenmenschlichen, diesen Raum und der ist sehr entscheidend. Das hat dann auch jetzt große Auswirkungen auf mein jetziges Leben. Die äußeren Umstände nehme ich nicht so wichtig. Das ist wichtiger, wo sind die Menschen, die ich liebe. Das ist entscheidend. Ja, klingt gereift, so ein Stück weit durch die Dinge, die du auch erlebt hast. Ja, zwangsläufig musste ich da, eine Zeit lang, wie gesagt, war das nicht lustig. So als Kleiner, da kam noch dazu, das ist jetzt kein großer Aspekt gewesen, aber mit meinem Namen, Rebell, da bin ich schon auch sehr aufgefallen, kam noch dazu. Und das ist eine kleine Parallele, weil eine Zeit lang mochte ich den Namen auch nicht so doll, weil der halt wirklich angeregt hat zum Hänseln. Aber das hatte ich, wie gesagt, dann recht schnell raus. Also ich war ja dann schon geübt und hart im Nehmen. Und jetzt genieße ich das. Jetzt genieße ich meinen Namen und die Situation und der ganze Prozess, der hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und da bin ich sehr dankbar drüber. Also ich bin gerne ich. Ich mag mich. Ich finde es ja schön, weil ich hätte ja natürlich auch am Anfang einfach mal so die Frage stellen, wie kommt man zur Achtsamkeit? Aber im Moment sind wir gerade beide so hier, wie wir vorhin festgestellt haben, in unserem müden Kopf heute so tief entschleunigt und hangeln uns da so gerade so an unserem Leben hin zu dem Thema, wie man eigentlich zur Achtsamkeit kommt. Indem man im Leben lernt durch oftmals gar nicht so schöne Dinge, also oftmals durch Leid, und das hängt ja sehr stark zusammen, das Thema, durch Leidenserfahrung lernt eben halt Dinge anders zu beachten, ja, aufzupassen, Wahrnehmungen in irgendeiner Form anders auszurichten oder eben halt auch andere Dinge wahrzunehmen, einen anderen Fokus zu entscheiden oder eben halt auch letztendlich manchmal im Schlamm stehend einfach achtsam gucken, was gibt es dann noch außer diesen Schlamm? Und das sind ja oft so Quellen, die zu einem achtsamen Leben führen. Ja, in der Tat. Aber packen wir es vielleicht trotzdem noch einmal so ein bisschen vielleicht auch einfach verständlicher noch für alle, die zuhören, solche Sachen gar nicht erlebt haben, so wie kommt man zu Achtsamkeit? Wenn wir uns mal diese Frage stellen, was fehlt dir da so ein? Also wenn ich jetzt mal bei dem Begriff auch Achtsamkeit bleibe, das allererste Mal, als ich so mit dem Konzept Achtsamkeit konfrontiert worden bin, das war auf meiner ersten Reise, wie gesagt, direkt nach der Schule. Und ich war auch, das war eine ziemlich große Schule, da waren über 1200 Schüler, glaube ich. Und ich war der Einzige, der da auf Reisen gegangen ist. Das gab es damals noch nicht. Das war irgendwie komplett aus der Reihe raus. Normal, du musst jetzt studieren gehen. Ich habe gesagt, nee, ich gehe jetzt Leben lernen. Und habe meinen Rucksack gepackt und bin dann mal einfach los und bin auch zufälligerweise in Thailand gelandet. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Und dort auch wieder zufälligerweise, ich habe mich einfach vom Fluss des Lebens mitnehmen lassen, bin ich dann in so einem buddhistischen Kloster gelandet. Und da wusste auch gar nicht, was auf mich zukommt. Und dort habe ich dann erst erfahren, oh, ich soll jetzt zehn Tage schweigen und meditieren. Morgens um vier Uhr aufstehen und den ganzen Tag meditieren. Na gut, jetzt bin ich schon hier, jetzt mache ich das mal mit. Und das war ein so einprägsames Erlebnis. So ein großer, ja, Schnitt ist nicht das richtige Wort, aber wirklich so ein starkes Erlebnis, dass ich seitdem das in meinem Leben eingebaut habe. Und immer mehr, weil das ist jetzt schon 20 Jahre her. Wahnsinn. Nimm uns da mal mit in deine Schuhe. Was war denn für dich da so einprägsam? Weil guck mal, für uns jetzt im Westen ist natürlich so vier Uhr aufstehen, große Meditation, viel Schweigen, also gerade Schweigen. Wir haben ein Seminarthema hier bei uns lange Zeit gehabt. Das Seminar hieß Stille. Und bei dem Seminar Stille haben natürlich dann wirklich die Leute auch immer erfahren, wie laut die Stille eigentlich ist, wenn wir schweigen. Aber erzähl mal, wie war das für dich? Was hast du da mitgenommen? Und vor allem, welche großen Geschenke konntest du dann wirklich mit in dein Leben nehmen, in deinen Rucksack? Also das Entscheidende in diesem ganzen Erlebnis dort war, zu begreifen und das auch wirklich dann durch die Zeit selbst zu erleben, was in meinem Kopf so passiert. Weil die ganze Sinn und Sache der Aktion dort mit dem Schweigen und man sollte auch nicht lesen oder Musik hören und nichts dergleichen. Der Sinn war, jeglichen Input ins Gehirn zu unterbrechen. Dass wirklich kein Einfluss von außen in mein Gehirn reinkommt, in meine Gedanken. Und dann habe ich gemerkt, dass das Gehirn dann von selber alles Mögliche ausgräbt, weil es zwanghaft denken will. Es muss denken. Das ist das Ego. Das ich muss jetzt denken. Und ich war damals und da kommen Sachen vor, an die man überhaupt gar nicht mehr gedacht hat. Und das macht das Gehirn etliche Tage lang. Und so nach vier, fünf Tagen kann es nicht mehr. Dann ist es müde. Und dann kehrt wirklich Stille ein. Und das war eins der Geschenke, die ich dann gemerkt habe. So, hey, wow, ich muss gar nicht die Gedanken alle denken, die mir da tagtäglich durch den Kopf rattern und mich mit Sachen belasten auch, die eigentlich völlig irrelevant sind. Und ein zweites ist dann auch das Erkennen der Möglichkeit, dass ich eine Beobachterposition einnehmen kann. Ich habe da gelernt, dass ich meine Gedanken betrachten kann. Also die nicht wie einen Anzug anhabe und die immer lebe, sondern dass ich den Anzug auch ausziehen kann und mal drauf schauen kann. Hey, das ist ein Gedanke. Das ist ein Gedanke. Das ist ein Gedanke.